hallo aus norwegen wir befinden uns hier am supercharger in ayer und dieser hat 20 stores und ist ein v2 supercharger mit maximal 150 kw die ladekosten betragen hier 3 kronen 80 pro kilowattstunde jetzt stand januar 2022 und die sperr gebühren kosten 10 kronen die minute ja dort lebt die bluner mein model bei wir haben januar 2022 und hier am supercharger gibt es wie gesagt 20 stalls ihr seht hier die anordnung dieser stalls dort drüben mülleimer auch in der mitte also hier kann man seinen müll auch entsorgen problemlos und dann seht ihr hier die anordnung der anderen stalls und jeweils ganz außen hier wo bluner steht und an der anderen seite dort außen gibt es ein einzel stall wo man dann auch mit dem anhänger gut ran fahren kann ja das ganze befindet sich hier direkt an der e6 die verläuft dort oben lang da fährt man direkt quasi ab und ist in einer minute hier hier haben wir auch eine zirkel k tankstelle wo man sich was zu essen besorgen kann während der tesla lädt und wie ihr seht hier direkt neben den superchargern auch ionity ladestation und zwar 1 2 3 4 5 6 stück wie man sie gewohnt ist von ionity ja wer möchte kann dort drüben direkt dann auch sein auto waschen in der bilwasg anlage dann schauen wir doch noch mal ein bisschen hier rum ob es noch was anderes gibt ich glaube nicht so spannend wird hier nichts viel sein das sieht mir hier nach einem industriegebiet aus reifen kann man hier auch kaufen falls der reifen kaputt gegangen ist hier ist tiefer schnee da möchte ich nicht durch ja dort ist wie gesagt der auto waschanlage und auf diesem großen platz hier wäre sicherlich noch platz für weitere supercharger wenn man das ganze noch erweitern möchte aber hier in der näheren umgebung nur 20 km dann sind wir in lillehammer dort gibt es einen supercharger und ein neuer wird gerade eröffnet versions 3 der heißt lillehammer strand target und ein stückchen weiter nördlich von hier an der e6 gibt es auch schon wieder den nächsten supercharger ich weiß nicht genau wie viele kilometer das sind der heißt wo bang und der ist auch gerade neu eröffnet worden ja hier kann man sich pizza holen sein auto dort staubsaugen am serviceplatz luftdruck prüfen ja und kaffee trinken und so weiter und ansonsten ist hier nichts das ist gerne auch mal der fall bei superchargern hier in norwegen das nichts ist dort hinten oben seht ihr eine beleuchtete skiläupe da hinten also skifahren kann man hier auch dafür ist die gegend hier sehr bekannt hier vorne ist noch ein schild hier vorne geht es direkt gesagt wie wieder auf die e6 richtung drontheim oder richtung oslo und schauen wir hier noch mal in den auf das schild information hier ist das hafjell alpin center skigebiet und bestimmt kann man hier auch nette spaziergänge machen während das auto lädt der tesla oder zukünftig dann auch weitere andere automarken denn tesla wird ja demnächst ist ja schon beschlossene sache auch hier norwegen 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 soll übrigens als eines der ersten länder in kürze folgen nach dem testprojekt in den niederlanden da werden auch dann hier in norwegen die ersten supercharger eröffnet werden ja hier seht ihr man fährt dort vorne rein hier vorbei man kann auch dort reinfahren und dann da hoch und dann kommt man hier zu den ladestationen von ironity und von tesla dem supercharger mit 20 stolz hier in euer zwischen lillehammer ja und wo bang der ist das der supercharger der in der mitte liegt dazwischen also wenn die zwei überfüllt sind kann man diesen hier ansteuern ja ich danke euch fürs zusehen schöne grüße hier aus norwegen freue mich gerne über ein like und ein abo und dann sehen wir uns im nächsten video ich danke euch fürs zuschauen bitte abonniert meinen kanal und betätigt die glocke dann werdet ihr immer auf dem laufenden gehalten liken kommentieren und teilen erwünscht und dann sehen wir uns jetzt nach oben in der nächsten Minute bis nach oben gehört bis nach oben bis nach oben